willkommen zurück beim terren konflikt wir sind auf der piratenstation eingehende nachricht und hallo mein freund eine feindliche station soll mir wieder neutral piratenhafen oder eine piratenbasis und welche naja innerhalb von zwei stunden sollen wir eine säurei aufbauen so stationseinstellung pass mal auf du klopft jetzt einmal 5000 energiezellen energiezellen transferiert sehr gut und diese energiezellen bringst du jetzt mal nach omikon lüree so und wir docken jetzt mal ab eine station ist mir jetzt wieder neutral welche aber piratenbasis oder pirat und piratenhafen wo war denn jetzt wo war denn jetzt der piratenhafen den wir in der letzten folge gesehen hatten herr ich bin doch nicht doof mit uns zu flucht da nee das ist die rehabilitations einrichtung da piratenhafen genau da springe ich jetzt mal hin südtor ich hoffe der meint diesen shift j sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung weil wenn das klappt und ich dort wieder neutral bin da kann ich mich vielleicht wieder bei der piratenhafen bei der flammschleudermine gut stellen sie sprechen mit dem auto negativ ihre anwesenheit rehabilitations einrichtung alpha schade die wollen mich nicht haben gut dann muss ich mich irgendwo anders einhacken zweifel das cio und rehabilitations einrichtung der hatte mich irgendwo anders neutral gesetzt aber es ist natürlich nicht doch warte mal nein sektor wolkenbasis südost was will eigentlich der hier von mir universumshändler 5 mein besitz wusste denn sektorhändler 5 muss universumshändler 5 da der fliegt doch ganz normal rum na gut dann lasse ich das jetzt erst mal sein spring jetzt nach omikron jure so werden dort zuerst mal sprung antrieb bei schiff reparieren zehn prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung der reiche system amikron jure jawohl so kontrollzentrum ich bin doch im ostdor angekommen na gut dann werde ich zuerst hier andocken andock vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt waren austausch so ich möchte von dir haben energiezellen transferiert ich möchte von dir haben 60 davon gespenstrakete transferiert und poltergeistrakete transferiert energiezellen transferiert so poltergeistrakete transferiert aber wobei ich sollte eigentlich energiezellen alle raketen mitnehmen sicher ist sicher poltergeistrakete transferiert gespenstrakete transferiert energiezellen transferiert genau da kommen wir der sache näher und dafür kannst du die banschies mitnehmen transferiert transferiert flammenschwertrakete transferiert amahai rakete transferiert baluga rakete hurricane rakete transferiert hummel rakete transferiert libelle rakete westerrakete transferiert Schilde Schilde Prototyp Starburst Schockwellenkanone ja ja klar die werde ich jetzt auch ausbauen Plasma Repetiergeschütz kann weg Phasen Repetiergeschütz transferiert Projektierkanone die gehört doch nicht zu mir oder Partikelbeschleunigerkanonen werden auch Impulsstrahlen im Winter gehört nicht zu Impulsstrahlen im Winter transferiert jetzt muss ich glatt gucken ja ja ich will mein Schiff haben Prototyp Prototyp Starburst und EM Plasmakanone EM Plasmakanone EM Plasmakanone Schockwellenkanone der Rest kann weg Warenaustausch also Impulstrahlen im Winter kann weg Partikelbeschleunigerkanonen können weg Partikelbeschleunigerkanone transferiert Projektilkanone transferiert sehr gut Handelssoftware Mark 3 brauche ich nicht ok so und jetzt wird die Demeter Stationseinstellung verändern Energiezellen Energiezellen so jetzt wird die Demeter Springe und fliege zu Station Tarantor Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert sehr gut so und der hier jetzt hat jetzt genug Energiezellen genau dass er hier fröhlich produzieren kann sehr gut 17 Kristalle hatte ich schon die ganzen Kristalle aufgebraucht Na holler die Waldfee aber immerhin der hat wenig Siliziumscheiben das heißt die verkauft er wahrscheinlich fröhlich finde ich gut da kommt Geld in die Kasse war letzter Eintrag vor einer Stunde ok überlegt mal wir haben jetzt haufenweise Raketen gekauft und alles und haben jetzt trotzdem neun Mille ja statt sieben das heißt da kommt ein bisschen was zusammen gut aber wir werden jetzt auch eine Menge Geld ausgeben weil so Schiffswerft da Argon Schiffswerft genau ich will endlich mein Schiff repariert kriegen so weil wir sind ja immer noch hier hart angeschossen und da wird jetzt eine Menge eine Menge Zeugs bei drauf gehen eine Menge Geld und Andock Vorgang erfolgreich im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt sie an Bord willkommen zu heißen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt wie viel wie viel wow 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 1 2 3 1 2 3 hat er die jetzt repariert ja Achtung und jetzt haben wir nur noch sieben Mille also was zwei Mille hat uns was gekostet anderthalb Mille holla die Waldfee so Kristallfabrik ja die können wir jetzt natürlich nicht nutzen alles klar dann war's das eingehende Nachricht erweiterte Optionen Warenaustausch mit Kampftender so ah ne ach der kann den ganzen Mist verkaufen pass mal auf du übernimmst von den Kampftender jetzt den Insekten transferiert Raumsprit transferiert Feuersturmtorpedos die behält der Kampftender Moskitoraketen behält der Splitterbombenwerfer behält der warte mal da kann der Kampftender die ganzen Waffen übernehmen Phasenrepetiergeschütz transferiert Projektilkanone transferiert Partikelbeschleunigerkanone Transimpulstrahlen emitter entfernt genau so Raumsprit genau das kannst du jetzt alles verkaufen ja so demeter superfrachter kommando kommando konsole Navigation Oh warte mal du wirst erstmal wieder auftanken Reparaturkräfte mit Energiezellen transferiert genau so ah wobei du kannst gleich voll tanken Energiezellen genau so kannst du eigentlich noch erweitern du bist voll 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 gut dann wirst du jetzt so kommandos kommando konsole Navigation docker an wirst du jetzt andocken wirst du jetzt andocken im Handelsstock ah ne Andockerlaubnis erteilt kommando akzeptiert im Ausrüstungsstock genau so Hallo Schiff und wir springen jetzt mal unbekannte agonischer sektor was was ist das hier für einer unbekannter sektor ach so das war der agonische sektor ja aber was ist das hier für ein unbekannter sektor ach so das ist unser Hub ach da sitzt der ja müssen wir uns auch mal drum kümmern so fortwährende Sünde heiliges Relikt hier hier geht's weiter Priesterschutzort Westtor Sprungantrieb wird geladen 10% 20 30 40 50% 60 70 80 90 initiiere Sprung Erreiche System Priesterschutzort so habe ich die Sekte noch gar nicht erkundet Na gut da fliegen wir mal einmal quer durch Wo ging das Tor hin? Karge Küste Reich des Kardinals Sonnenkraftwerk Nö hier ist nur Schloss Hier ist nix los Aber Reich des Kardinals kennen wir doch schon, wa? Ach hier, Karge Küste, ach da geht's hin Das kennen wir schon, Reich des Kardinals Dann ist hier zwischen nichts mehr Dann geht's hier bis Karge Küste Dann kommt Großes Riff und darunter kennen wir nichts mehr Gut Dann würde ich sagen, wenn es hier nichts gibt dann springen wir gleich bis Großes Riff Karge Küste kennen wir Großes Riff Südtor Sprungantrieb wird geladen 10% 20 30 40 50% 60 70 80 90 Initiere Sprung Erreiche System Großes Riff Hallo Großes Riff Korsaren Gefahrguttransport Wollen wir die mal fragen, ob die uns ein Schiff gibt? Guten Morgen mein Freund Eingehende Nachricht Baluga-Rakete Baluga-Rakete verkauft Banshee-Rakete verkauft Flammenschwert-Rakete verkauft Ammerhai-Rakete verkauft Hummel-Rakete verkauft Hurrikan-Rakete verkauft Hurrikan-Rakete verkauft Lebelle-Rakete verkauft Mantis-Rakete verkauft Super Super Ah, die Wespe kann auch weg Wespe-Rakete verkauft So Hey, 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 wo ist mein Frachter hin? Ziel ist nun in Feuer rein Verschwinde! Und das kommt auf keinen Fall in Frage Ich brauche Hilfe! Zuford! Verschwinde! Das kommt auf keinen Fall in Frage Willst du noch eine haben? Na, wie sieht's aus? Im Namen der Königin Andreas und des Königreichs Bohron danken wir ihnen für ihre wertvolle Unterstützung Als Belohnung erhalten sie 500 Credits Ja, schade Der wollte nicht Gut, wir sind jetzt Großes Riff Dann würde ich sagen jetzt Großes Riff Südtor Tor, Nebel des Elysiums Nebel des Elysiums Dann gucken wir uns mal die Nebel des Elysiums an So Korsaren Fragguttransport Hauen Sie schon ab Das ist jetzt ein Witz Nein, das ist kein Witz Ich habe Langeweile und hätte gerne dein Schiff Hallo mein Freund Ziel ist nun in Feuerreichweite Oh, könntest du bitte von dem Kleinen da weggehen? Andere Schiffe Ups Tor, Nebel des Elysiums Hast du wirklich Fracht fallen lassen? Nö Na gut Hätte, nicht, sollen, sein So, Demeter Superfracht da Den lassen wir gleich springen, sobald wir jetzt in den Nebel des Elysiums angekommen sind Erreiche System, Nebel des Elysiums So, du wirst jetzt Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zur Station Du hast nämlich 6000 Andockerlaubnis erteilt, Kommando akzeptiert So Pirat Nova, Aufklärer Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine Station zum Äh, Andockern Boron Taxidienst So, hallo meine Freunde Pirat Nova, Aufklärer Pirat Nova Ich habe nicht die Absicht mit Ihnen zu reden Sie machen sicher einen schlechten Scherz Ach Leute, hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass ich keine Scherze mache? Eingehende Nachricht Gleich Ich muss vorher noch jemanden umbringen Ziel ist nun in Feuerreichweite Der erste Im Namen der Königin At σεus und des Königreichs bohren Im Namen der Königin Atreus und des Königreichs bohren Aber das ist eine Station. Sehr gut. Eine Plankton-Farm. Die nehmen wir. Aber vorher sagen wir unserem... Demeter? Du machst mal die... Energiezellen transferiert. Sehr gut. So. Ich weiß, wo du hinfliegst. Springe und fliege zu Station. Ähm... Licht. Heimat des Lichts war das. Oder Heimat der Legende. Hier. Heimat der Legende. Und docks an an der Otas Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Dann kann er nämlich seine Waffen dem Scabbat geben, der dort hängt. Plankton-Farm. M. Beta. Ja. Plankton-Farm. M. Beta. Da werden wir jetzt andockeln. Wir haben genug Sektoren erkundet jetzt. Und jetzt brauchen wir ein Bier. Hoffentlich haben die hier sowas. Und hoffentlich kein Plankton-Bier. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann geht der Kampf weiter. Und bis dahin. See you later. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Wir fühlen uns sehr geehrt, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ich bin endlich den Bock ant葉. Untertitelung des ZDF, 2020